Herzlich Willkommen bei Tech & Fun und ich war mal wieder im Berliner Schlossparktheater und ich habe mir das neue Bühnenstück Achtsam Morden angeschaut. Darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen, denn darin geht es um den sehr erfolgreichen Anwalt Björn Diemel. Der hat ein Problem. Eigentlich hat er zwei Probleme. Das erste Problem ist, seine Ehe steht auf der Kippe. Und das zweite Problem ist sein schwer krimineller Mafiosi-Kunde Dragan, der nach Belieben und mit Nachdruck über seine Zeit verfügt und damit eigentlich auch für Problem Nummer 1 mitverantwortlich ist. Was also tun? Ein Achtsamkeitstraining soll es richten und die Work-Life-Balance wieder ins Lot rücken. Anfangs fruchten diese schwurbeligen Ratschläge seines Lehrers auch durchaus, aber nicht so ganz im Sinne des Achtsamkeitsgedankens, denn als Dragan Björn so richtig unter Druck setzt, bringt Björn seinen Kunden kurzerhand um. Aber nach allen Regeln der Achtsamkeit. Und wie schon in der Buchvorlage eskaliert diese Geschichte aus Wellbeing-Ratschlägen und Kriminalkomödie immer weiter, bis eigentlich man nur sagen kann, es ist ein Mordsvergnügen im Sinne des Wortes. Was den Abend ganz besonders macht, das ist das Trio aus Mario Ramos, Dieter Hallervorden und Ines Nieri, die insgesamt 25 Rollen spielen und damit quasi im Minutentakt die Klamotten wechseln, die Stimmung wechseln, die Stimme wechseln, teilweise auch das Geschlecht wechseln. Und das ist ganz, ganz aufwendig und großartig, sowas hinzubekommen. Allen voran Hausherr Dieter Hallervorden, der diesen Spagat aus dem Achtsamkeitslehrer, dem Polizisten und dem schwerkriminellen Mafiosi, dem Dragan und noch weitere Rollen mit einer Akkuratesse hinbekommt, dass man nicht nur lacht, sondern am Ende einfach gar keine Wahl hat, als aufzustehen und minutenlang zu applaudieren. Das ist wirklich gelungen, kann man gar nicht anders sagen. Nicht nur, dass das Stück an sich toll ist, aber diese Leistung, die verdient wirklich größtes Lob und Anerkennung. Danke für die Einladung. Schaut euch das Stück im Berliner Schlossparktheater an. Der Link ist hier mit drin. Und ich glaube, das läuft noch bis Mitte Mai oder sowas. Also guckt es euch an. Ganz dicke Empfehlung. Ist ein wunderbarer Abend oder Geschenk für eure Männer, Frauen, Freunde, was auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Tech & Fun. Lasst es euch gut gehen. Ich bin André Detroit und freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.